ha ha hier ist ganz 2 3 und hier mit letzt 2020 hier und wir sind wieder am eingang vom slachtenberg denn ist aufgefallen ich habe vergessen ausgestreckt und lounge books und meusIDE und gegner das mal playable und Acht Wellen, das sollte ja wohl machbar sein, oder wenn der Panzer mithilft. Ist alles schwach gegen... Natürlich nicht. Na gut. Ist alles schwach gegen Licht. Gut, zu wissen. Dann rissen wir uns erstmal entsprechend aus. Würde ich sagen... So... So... Und so. Kaboom. Dann las den. Dann müssen wir entsprechend bereit sind. Okay. Sehr schön. Ich finde das schon mal gut an. Okay. So. So. So vielleicht. Tatsache. So. 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 Nö! Okay... Vielleicht so? Ich hab mir kaum Schaden gemacht... Aufheben... So cool... Fragezeichen... Ah... Und da sieht das schon besser aus... Mit dem Heroes... Erwöhnt sich... Ja... Deswegen war ich nicht so gut aus... Und das war auch fies... Habt ihr einen Trick? Ja... Ich wünsche mir gerne das... Er wäre für den Autolife-Effekt... Aber es wurde sehr sehr praktisch... Yo... Und... Das wird... Hoffentlich... Nö... Na gut... Jetzt vielleicht... Nein... Natürlich nicht... Komm schon... Habt ihr nicht so... Danke... Okay... Geister wieder... Und... Fledermäuse... Wir haben noch der ganzen Gruppe auf... Das gefällt mir schon mal sehr gut... Er hat auch Schwung gegen Licht... Ne... Das müssen wir nicht geben... Mehr Heilung... Oh... Oh... Äh... Noch eine Feilregelung... Yo... Okay... Und voll weggekontakt... Gut... Du stopst... Und... Jetzt... Ich empfinde... Ähm... Da... Das hat sogar gereicht... Krass... Okay... Machen wir mal so... Aha... So... Wird schwach gegen Licht... Und wird schwach gegen... Blitz... Eis... Okay... Dann machen wir das jetzt mal so... So... Okay... Besser... Wird doch... Die ohne Golem... Sehr schön... Na gut... Die ist eigentlich... Ist eigentlich noch stärker... Nö... Natürlich nicht... Gibt es noch mal richtig Schaden... Okay... Mehr Heilung... Und... ... gefällt mir doch. Ok... So... Da können wir uns auf die konzentrieren. So zum Beispiel. Hehehe... Könnte eigentlich... M mal... M, Benni, bis zum... Wollen wir mal dabei, Benni? Ich nehme doch noch einen Plan. Ich nehme das erst da von und da von... Hier von und hier von. Und... Du liebst dich für einen anderen. Jo... Ah... Autolight wird so praktisch. Und jetzt was mit der Welle. Wird auch schwach gegen Licht? Ne... Wasser... 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 Gut... Autolight auf Anna... Und... Und... Ok... Auf dich. Klopp... Ok... Schön... Dann... So. Lassen wir ihn. Das ist eine ganz gute Idee. Alter Autolive. Du stoppst. Und. Ja. Sollte eigentlich noch mal Leveln gehen. Bis die Batterie besser wird. Das werde ich nicht tun. Da ist das passiert. Genau. Nein. 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 Du bist tot. Nein. 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 Okay. Ander Simp-Frag ist bereit. Das ist recht angenehm. Mal kurz heilen. Nein. Und der Simp-Frag ist auf die nächste große Welle ansetzen. Jo. Ja. Das wird in Ordnung. Ja. Das wird in Ordnung. Okay. Wir haben immer schwach Wasser und Licht und Trumpf. Okay. Wollen wir erst mal. mal... den da... Yo... Du... und du... der Pau Sehr schön Dann... So... Ah, ich hab auch verwechselt, verdammt So... Dann so... Okay... Ehm... Ehm... Ja... Ja... Und das ist... Ja... 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 Okay... Jupp... Ist natürlich doof, dass ich auf allen irgendwelche heiligen Konter drauf habe... Das heißt, ich will den Kollegen so schnell wie möglich töten... Aha... Gut... Zum Glück ist es mal zu Null Schaden und keine Abduktion... Und das wäre richtig eklig gewesen... Da habe ich noch richtig Schaden... Das ist ganz gut... Au... Mäh... Regina... Okay... Okay... Was mir ungern, aber... Genesis... Ich denke, es vermögen... Yo... Gut... Wird meine Hanken... ...oder auch nicht... Äh... Hör auf sie zu heilen... Das ist uncool... Gut... So... Was gibt's denn... Was machen die für einen Schaden, die Assis? Was ist ein solster Gewinn... ...Jud... Ich denke... ... Was ist das... ... ... ... Auf dich! Auf dich! Weil auf den anderen, dass du nicht gebracht hast... Gut, ähm... Wer kann ich jetzt mal... ... kurzer einsetzen? ...und mehr ranken... Okay... Sehr schön... Hi Nolex... Kaffee... Mehr Heilung... Und da kann ich eigentlich Motor Natur einsetzen... ...weil Gift Element hat... Das war nur ein einziger Treffer... ...aber man hat das halt nichts... Okay... Ich geh jetzt ein bisschen aggressiv auf Schaden gerade... Ähm... ... ganz einfach, weil die mich eh mal zocken... ...wenn sie es wirklich wollen... So zum Beispiel... Hehehe... Okay... ... 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 Hoffentlich verheiß das... Yes! Huh! ... 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 Das war trinkender Pizzabedarf Pizzabedarf Ok Ähm Hm? Hm? Kion Toing So Hör auf damit Ganz im Ernst Ok So Aufheben Und den Tarn tüten Ok Sehr schön Ich glaube ich habe es geschafft Hehehe Ich würde mitten aus dann sterben Ok So So Ich sehe ihn auf Ich sehe ihn auf Darauf habe ich gewartet Darauf habe ich gewartet Das war sehr günstig Ok Und das war's Eine Menge Loot Sehr schön Ok Was gibt hier oben schönes Materialien Materialien Eine Bogen Mag Zyklonen Sehr schön Und eine Fähigkeit Feuerwirbel Ok Was ist hier drüben Ein Monoloke Ich würde Sch Presidential Ich bin Solutions Auch Nach Hast du Speichern Hi Cosmos Modolith, es geht Oh nein! Beste Reaktion die es wohl gibt Beschwörung Beste Reaktion Kosmischer Modolith, ein Mysterierem Modolith aus dem Tiefen ist alles Benutzt extrem wichtige Schatten abtaken, ist extrem gut im Ausweichen Schwach gegen Wasser und Blitz nur Okay Erstmal Die brauche ich eh nicht mehr Und dann So Ausrüstung Ahem Ahem Thor's Hammer Das ist die blaue Wiese Der Die Blitz Und Und der Donnerkern, wo ist er? Da Ich hab richtig, richtig verangst, das ist Monolith Hehehe Ich werde mal das Autoläuch überall draufpacken, weil ich's kann Ihr wird schwach gegen Blitz auch Hm Es verzerrt Raum und Zeit um Angriffen auszuweichen Es ist wahrlich ein Monster Ja Gut Ich hab ein Limit Break bereit Ich hab ein Limit Break bereit Bitte, bitte triff Sehr schön Okay Mehr Ausweichrate natürlich Die Wettersturm Die Erde zumindest schon mal kaputt, das ist sehr schön Ich hab' noch eine freie Zeit, wenn ich mal treffe Ich hab' noch eine freie Zeit, wenn ich mal treffe Äh, Moment Was? Okay Gut, ich hab' überlautörtlich auf Das heißt, ich kann ruhig mit seinem Megaantriff kommen Und er ist tot Wuh? Oh Natürlich Mähähähäh Was? 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 Was zur Hölle? Wie kann er sich so bewegen? Das ist eine legitime Frage Mehr Heilung Ich hab' eine Idee Lock on. Und jetzt. Hackebeil. Sehr schön. Meine Götterkatze. Es ist voller Sterne. Okay. Wir sind beide einfach Resistenz entgegen. Sehr schön. Aufheben. Kann auf? Natürlich nicht. Das macht. Macht euch gefasst auf. Das. Dann macht ihr doch Schaden. Außerordentlich unangenehm. Okay. Kaffee. Iron. Bitte Triff. Das ist immer noch komisch, dass ein Glitz-Element doch einmal hat. Na gut. Oh, das war schöner Schaden. So. Kaffee. Und bitte. Und bitte stirb. Nein, ich führe mich nicht. Wieder Ladung. Nicht laden. Okay. Kaffee. Triff. Einmal von oben. Yes. Sehr schön. Huh. Okay. Warum hat Lenz vorhin... Überleben. Überleben ist nur eine Frage. Hmm. Ach, weil er mehr Bass drauf hat jetzt. Natürlich. Perfekt. Wieder hochheilen. Und Feuer frei. Ich finde das Angriff so dumm. Na gut. Ich habe ein Rollblower auf Zelle zu führen. Sehr schön. Ich werde das wieder machen. Just as planned. Sehr schön. Ich werde es jetzt noch mal benutzen. Und stopp. Yes. Sehr schön. Ich bekomme Zeug. Und? Eine Stab. Die Sternenschnuppe. Bestellt nach Kontralenattacken. Okay. Ich hätte eigentlich gehofft, dass man den Monolithen bekommt als Beschwörung. Aber gut. Na dann war das doch eine relativ erfolgreiche Folge würde ich sagen. Und dann gehen wir noch schnell wieder hoch zum Wingsgebiet. Und dann würde ich schon mal sagen. Ich bin Garnots-Wert 1-4. Aus für diesen Folge. Und? Was ist das nächste Fall? Der Dschungel, glaube ich. Ah ne Quatsch, ich muss auch den Protagoner besiegen Ja, das war Na gut, ähm Bis zum nächsten Mal Tschö